hey leute ich bin jetzt hier auf der suche nach dem zweiten dino aus dem patch 223 den angela fish und dazu muss ich mich irgendwo hier in die tiefsten tiefen des ozeans begeben und ich hoffe dass ich ihn von weiten irgendwo schon sehen kann da er eigentlich so eine leuchtkugel am kopf trägt das ende ich jetzt mit der maß also auch sollte ich kein problem mit dem ich an die kriegen die rum schwimmen ich war gespannt wie groß der ist der kugel fisch oder ob man ihn schnell über sehen kann da kommen auch schon welche an erst mal schnell den hier auf passiv schalten so zwei exemplare wieso schwimmen die jetzt weg haben die angst willkommen werkt mal hier du oder jochen jetzt kommt er zurück hier leuchtigieren wie kack ist das denn wenn der unter mir doch unterherschwimmt ich habe mich eben nicht verarschen hat der immer wieder weg schwimmt ich will ja genau aus wann wird das wie ist das auch gar nicht ich verstehe mal einer warum der im abbaut schon wieder genug hier und dann habe ich aber genug hier auf den rauf und zu ballern was das ist der betäubt bewegt sich nicht mehr schade dass er nur leicht zu übersehen ist hier wo ist jetzt mein muss aber aus da schwimmt darum es war mit dem vielleicht neue irgendwo hei oder so abfahren damit die prime mit geben ach der kämpfte auch gerade ach komm noch her du oller so jetzt hat er mich und er ist tot oder geben wir denn so in der g ist ein tolles ich glaube auch bald wieder verarbeiten so jetzt erst mal hier auf haja gehen oder was auch immer noch hier finde so leute endlich habe ich es geschafft den zu zähmen ich habe schon empfehlen damit crime mit das geht um einige schneller dann bei dem zu zähmen so so fangen wir mal schauen den nennen wir den mal blinkie oder so wie sieht das denn aus jetzt hier mit reiten so chillige sache auf den zu reiten einfach so einen komischen dinger festhalten oder hält er sich überhaupt irgendwo fest ja geil der bewegt irgendwie sein licht da vorne macht oder das macht aber alleine und nicht mit der linken most haste oder rechten so wie das dann aus mit denen hat er denn so hier auch das leben ist eigentlich ganz gut was der hat der glaubt ist denn hier schon wieder an dämlicher high diese aber was haben wir denn hier, dass wir hier noch irgendwo angreifen konnten da oben, stimmt aber was ich bin noch nie weg ok, mit der level 3 expansion der level 1, dafür ging es eigentlich guck mal ein bisschen mehr schaden hier ich kann mal hier die schildkröte mitnehmen ach du darfst doch nicht mit angreifen muss er auf jeden fall gefällt mir das ding besser als der pinguin der sieht cooler aus, da kann man ein bisschen mehr anfangen allzu langsam ist er auch nicht hier im wasser die ausdauer, die geht auch relativ langsam runter lehm hat er eigentlich gut, den schaden macht er so halb halb wäre der da nicht dabei, könnte ich das noch besser testen aber geile sache der fisch, also den kann ich nur empfehlen, sich auch so zähmen, ist auch nicht so ein großer akt, wenn man den einmal gefunden hat dauert es auch ein bisschen bis er betäuft ist, aber ein paar primit rein und dann läuft das auch in keluar naja in 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 mit Vielen Dank.